Herzlich Willkommen zu einer weiteren Skin Vorstellung bei uns auf dem Kanal sofort und gleich. Ja hier ist Starly jetzt am Start. So nah kommen wir da im normalen Shop nicht. Hier gucken wir mal. Da oben sieht man tatsächlich diese ganzen Sterne im Haar. Hier hinten das Backpack. Sieht aus strange aus. Da wollen wir jetzt nicht runter gucken. So. Ja sieht eigentlich tatsächlich hier im Game besser aus als im Shop. Ja lassen wir das Ding doch einfach mal laufen. So Leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann ist gerne im ItemShot den Creator Code sofort und gleich ttv. Dann auf annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen viel Spaß mit dem Video. Er wartet jetzt gerade bis da unten jemand rauskommt. Auf Wiedersehen. Ganz gar nicht gut bekommen. mitzahrend runter gesprayt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020